heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt bus simulator beziehungsweise emergency hamburg und wir spielen ja halt bloß wir fahren auch direkt mal hier habe ich in der letzten folge schon mal ein video mit dem bus gemacht keine ahnung auf jeden fall habe ich jetzt diesen bus als es ist noch nicht gewissen wir fahren hier erst mal schön diese kurve ist nicht ganz so einfach tatsächlich aber sollte schon klappen ich habe den sound nicht angemacht hallo waren sie bitte hier rechts reinfahren wenn das mal gehen würde hat wieder polizist was für ein spaß wenn ihr alle kein autofahren man merkt schon wieder sind hier alle wieder zu dumm um autofahren erst recht die polizisten junge die alle nicht fahren die sind alle behindert die müssten die führerscheine weg bekommen so so okay fahren wir mal weiter ne hier kommt der zug jetzt noch nicht ach da ist er schon auch mal schneller dazu aber laufs ich doch sie ja geradeaus so dann fahren wir gerade aus wo ein lambo das kann ich nicht ich habe 106 das kann ich wie teuer ist noch mal irgendwas mit einer halben millionen glaube ich egal ob es ist gerade niemand außer ich busfahrer egal Was will der Blitzes von mir? Er will gar nichts von mir, der will ja. Ey, warum kann man mit diesem Bus keine Kurven fahren? Das ist unmöglich, mit diesem Bus Kurven zu fahren. Da komme ich hier nicht mal rum, ey. Was ist denn das? Junge. Schwerer als... Keine Ahnung. So, dann müssen wir jetzt nach hinten liegen. Dann kommen wir hier rechts rein. So. Perfekt. Weiter geht's. Was sie aber machen hätten können, einfach mit jedem Bus unterschiedlich Strecken so machen. Weißt du, ich habe jetzt diesen Bus und dann einfach andere Strecken machen, aber es ist halt immer dasselbe. Finde ich ein bisschen schade. Dass man, äh, die gleichen Strecken halt immer hat. Aber jo. So. Dann gehen wir mal wieder raus. So. Warum steht hier eigentlich ein Ferrar? So. So. Hier, dann mache ich das rein. So. Aber jetzt muss ich wieder links, ne? Hier, wo die ganze Flieze sind. Die alle kein Auto fahren können. Habe ich hier links rein? Also, anscheinend hat er ja geradeaus. Der, der Polizist. Warum schießen die hier? Ach, den da oben. Entschuldigung, ich muss hier rein. So. Können wir mal die Drehen etwas leiser drehen? Weiter geht's. So. Nach rechts. So. Oh, ich muss bald tanken. Wobei, ich habe ja noch 37 Liter. In dieser Tank. Und daher ist es nicht so schlimm. Hallo, Heidestelle. Bitte steigen Sie unsichtbaren Menschen ein. Danke, dass die eingestiegen sind. Lustig, dass aber auch... Hörer! Keine Menschen einsteigen. So. Es ist yellow. Es müsste jetzt runtergehen. Oh, hinter mir ist ein Krankenwagen. Hey, hier schließen irgendwelche Leute. So. Hier kommen... So. So. Dann fangen wir hier mal gerade aus und weiter. So. So. Ah, jetzt sind wir hier auf dieser 100er Strecke. Ampel habe ich jetzt aber einen Note. Let's go! Okay, dann können wir jetzt hier nämlich gleich anhalten. Und sich drehen. Das wird ja was. Grün, Ampel. Warum ich auch immer jetzt geblitzt wurde, wegen einer roten Ampel, obwohl da gar keine rote Ampel ist, weiß ich jetzt nicht. Jetzt wird aber auch rot. Wäre schon dreimal. Na gut, jetzt stehen wir hier an einer roten Ampel, die wieder 100 Jahre rot ist, obwohl hier keiner ist. Aber egal. Dann ist sie halt rot. Was soll man maken? Kann man eigentlich gar nichts machen, aber... Ja, jetzt ist sie wieder grün, ja, und das war einfach sinnlos gerade, um die Ampel rot zu machen. Und diese Ampel ist so kacke gesetzt, dass man hier nicht mehr mit dem Bus rumkommt. Egal. Ey, warum wird denn jetzt jeder Ampel rot? Mach mal eine kleine Umleitung. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und dann wieder links. Dann müsste ich, glaube ich, gerne noch links, ja. So. Wow, 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 da hast du das, ja, ne? Der ist da ganz knapp. Oh. Im Schein hat sich dieser Krankenwagen festgefahren, der mir vorhin, äh, kam, gekommen ist, oder so. Ne, er steht da einfach nur auf. Warum? Hallo? Muss ich auch nicht wissen, warum man da einfach nur so rumsteht. So, bitte bremsen Sie. Prost. So. Was macht der krank? Okay, ich check diesen Krankenwagen gerade gar nicht. Ne, kann man diese Leute hier in Hamburg nicht checken. So soll ich natürlich. Ja, dann sind wir jetzt hier wieder bei der Bank, wo geschossen wurde. Nicht. Ja, die rote Ampel ist heute mal nicht rot. Oh, Mann, ich stehe doch in der Parklücke drin. Was willst du, Bus? Geht doch. Ich kann auch nicht fahren. Sieht doch, dass ich rausfahre, ey. Ich bin nur ein Ratsch. So, wieder nachts. So, und das ist jetzt die letzte Haldesstelle. So, Leute, und wenn es euch gefeindet, dann lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, der ist nämlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt noch einen traumhaften Tag. Und dann, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao. Und dann, Leute, 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 und